Ich dachte eigentlich, er war verbogen. Ja. Ein bisschen Zugweg einfach nur. Ich glaube, der Arnie macht das. Okay. Ich glaube, der Arnie macht das. Ah, scheiße. Ich glaube, der Arnie macht das. Ich glaube, der Arnie macht das. Ich habe Tom noch nie so ruhig erlebt. Ich glaube, der Arnie macht das. Ich glaube, der Arnie macht das. Ich glaube, der Arnie macht das. Und der nächste Baum, der uns erreicht. Ich glaube, der Arnie macht das. 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 Und ich weiß, der Arnie macht das. Ich glaube, der Arnie macht das. Ich glaube, der Arnie macht das. All diese Arnie macht das. Es ist so. Ich glaube, der Arnie macht den Arnie. Heute ist Fahrrad tragen angesagt. Wo ist Thomas? Suchbild! Wo ist der Jetti und wo ist Thomas? Kommst du? Ja, ja! Wollen wir schnell pinkeln? Weil wir nehmen das ja sonst weg. Zwei Stunden und hundert Meter weiter. Der Brocken liegt in diese Richtung. Nein, ich filme nicht fünf Minuten später als vorher, sondern eine Stunde. Oberkörpertraining 1a. Thomas Kramp, lange genug ausgeruht. Huuu! 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 Heute ist Fahrrad tragen angesagt. Huuu. Wandern im Hane-Kamm, ohne Kamm, Leistenklippe, die können wir uns leisten. Er hält den links hoch wieder, ja. Licht geht zum Brocken. Wo ist er? Der lebt? Nicht jetzt. Wir grüßen alle daheimgebliebenen Silverbacks. Ihr habt echt was verpasst. Und wir sind noch nicht mal am Ziel. Im Heren und in der Trang, im Heren und in der Trang. Her sind ganz toll. Aber wir fahren da hinten drin, dass das Fahrrad durch die Weizfahrt. Wir müssen das Material schonen, wir fahren damit eh nicht. Ich will was dazu sagen. Was sind Sie? Kürchen! Yes! Kürchen! Quarten? Vorsicht! Mäuschen! Winke mal! Hier hinten geradeaus, ja. Không, nein! Muchas kreis-klarske-klarske. Ich wanted to stuff that you can do in the mountains. Ja. Ja. Auchglarske. Das ist alles. Der Kopf ist viel à�en. Ja. Ich bin ein bisschen mehr. Ja. Aber da ist ja noch nicht so, ich- Ich binarı 소리! Wir haben einen kreis-klarsen. Den Krampf kriegen, rückwärts vom Fahrrad kippen. Fast. Der fährt immer noch im ersten Ritzel. Für den Merkutter. Also, bin ich voll gefressen. Ja, dann guck mal, wie schnell geschmissen ist. Bin ich voll gefressen, ja. Hier sieht man trocklich nicht an. Doch. Bist es an? Hält es ein bisschen schiefer, sonst geht es. Wir fassen die Kamera ein, warte. Da sieht man schon mal da. Das ist ein grönen Fehler. Geil, oder? Das ist geil. Okay. Ich glaube noch mal tun, dass es richtig schön ist hier oben. Also wer heute nicht mit war, der hat echt was verpasst. Oder Jungs? Jungs. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ein Schaf, zwei Schafe, drei Schafe, viele Schafe Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017